Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbadys und damit auch willkommen bei einer neuen Aktien-Show. Heute geht es um viele spannende Themen, unter anderem um Nordex, um die Banken, also JP Morgan, Wells Fargo, aber auch Morgan Stanley, die ja doch maßgeblich wohl jetzt die Berichtssaison anführen, auch in dem Sinne, dass man sich da jetzt vielleicht schon mal angucken kann, wie die Quartale vielleicht dann bei den anderen Unternehmen ausfallen. Außerdem gibt es natürlich noch weitere spannende News, zum Beispiel BMW, Volkswagen, Lufthansa und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier direkt einmal an und zwar mit der sehr interessanten Nachricht von Nordex, denn Nordex hat eine deutliche Steigerung der Verkaufspreise, auf der anderen Seite einen Rückgang beim Auftragseingang, allerdings nicht ganz so schlimm, wie es jetzt vielleicht erstmal klingt. Wir fangen jetzt erstmal mit den Verkaufspreisen an. Die werden gemessen tatsächlich in durchschnittlicher Verkaufspreis je installierte Megawatt Leistung. Und dort hatte man im Vorjahreszeitraum noch 0,69 Millionen Euro erreicht, jetzt tatsächlich 0,9 Millionen Euro, also eine Steigerung von rund 30 Prozent. Das ist auch im Übrigen das, was Jefferies zum Beispiel schon Anfang Oktober geschätzt hatte. Der Rückgang war jetzt ja doch deutlich, aber jetzt nicht so deutlich, wie vielleicht erwartet. Der Auftragseingang zwischen Juli und September lag bei 1,4 Gigawatt. Im Vorjahreszeitraum lag er noch bei 1,8 Gigawatt. Da muss man aber dazu sagen, die Anlagen sind generell größer geworden, denn es ging hierbei um 227 Windenergieanlagen und im Vorjahreszeitraum um 389. Ihr merkt also, der Auftragseingang ist zwar von den Gigawatt etwas kleiner geworden, allerdings von den Anlagen her um einiges, wirklich um einiges kleiner. Das heißt also vom Verhältnis her wurden mehr große Anlagen verkauft oder ja doch verkauft im Prinzip schon mal Aufträge eingegangen. Unter anderem aus Brasilien, aus Deutschland, Finnland, Polen, Spanien und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir kommen mal zu einer weiteren News, die jetzt nicht unbedingt was mit einem Aktienunternehmen in dem Sinne zu tun hat, aber natürlich auch mit der Wirtschaft, denn die deutschen Gasspeicher haben einen Füllstand von 95% erreicht beziehungsweise genauer gesagt sind jetzt über diese 95% gekommen. Letzter veröffentlichter Stand waren 95,14% am Donnerstagabend. Eigentlich sollten die 95% erst am 1. November erreicht werden. Das heißt also man ist doch etwas früher jetzt im Prinzip dabei und das könnte jetzt natürlich auch gerade, weil Deutschland letztendlich auch eine der führenden europäischen Kräfte ist oder die führende europäische Kraft, könnte das natürlich auch weiterhin dazu führen, dass die Preise des europäischen Gases etwas runtergehen. Kommen wir mal zu BMW, denn die BMW Aktie ist doch gut gestartet heute. Man muss natürlich auch sagen, der Gesamtmarkt ist gestern Abend heute relativ gut gelaufen. Allerdings hat ein Bernberg Analyst trotzdem sein Kursziel für BMW gesenkt. Da muss man aber auch sagen, das ist alles noch im Rahmen. Das Kursziel war bei 110 Euro, ist jetzt auf 100 Euro gesenkt worden. Allerdings, ja BMW liegt aktuell bei 75 Euro, da ist also noch relativ viel Platz nach oben. Die Einstufung bei, also die Empfehlung, wurde übrigens trotzdem auch gelassen. Aufgrund früher Anzeichen hat der Analyst im Übrigen die Prognosen für 2023 leicht reduziert und genau das führt dann halt auch dazu, dass das Kursziel etwas niedriger ist. Kommen wir mal zu den Banken und das könnte jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen wieder von euch sehr stark interessieren. Und zwar fangen wir einfach mal an mit JP Morgan, würde ich sagen. JP Morgan konnte im Prinzip sehr stark überzeugen. Der Umsatz ist von 29,6 Milliarden US-Dollar auf 32,7 Milliarden US-Dollar gestiegen. Analysten haben 32,1 Milliarden US-Dollar erwartet. Der Gewinn ist etwas gesunken, also der Nettogewinn von 11,7 Milliarden US-Dollar auf 9,7 Milliarden US-Dollar. Damit betrug das Ergebnis je Aktie 3 US-Dollar und 12. Analysten hatten im Übrigen mit 2 US-Dollar 90 gerechnet. Heißt also auch hier konnte JP Morgan, wenn auch mit einem Rückgang des Nettogewinns, durchaus überzeugen. Wells Fargo dagegen konnte vom Umsatz her überzeugen, vom Gewinn her dagegen überhaupt nicht. 19,51 Milliarden US-Dollar konnte man umsetzen. Erwartet wurden nur 18,77 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresquartal waren es im Übrigen noch 18,83 Milliarden US-Dollar. Also sieht jetzt nicht schlecht aus. Wenn wir jetzt aber zum Gewinn die Aktien mal springen, dann sieht das Ganze nicht so toll aus, muss man sagen. Vorjahresquartal waren es noch 1 US-Dollar 17, erwartet wurden 1 US-Dollar 9, geworden sind es tatsächlich nur 0,85 US-Dollar, anders gesagt 85 US-Dollar Cent. Also doch deutlich unter dem, was man erwartet hatte. Dann springen wir zum letzten und zwar morgen Stanley. Bei denen ist der Nettogewinn auch gesunken, um rund 30% auf 2,6 Milliarden US-Dollar und auch die Erträge gingen zurück und zwar um rund 12% auf 13 Milliarden US-Dollar. Da muss man sagen, im Gegensatz zu den anderen beiden Banken hatten die Analysten hier beim Gewinn, also sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz mit besseren Ergebnissen gerechnet. Deswegen ist morgen Stanley auch etwas unter Druck gekommen. Um da jetzt ein Gesamtfazit mal zu ziehen, man konnte natürlich profitieren von den höheren Zinsen. Das Investmentbanking ist dagegen allerdings einfach schlichtweg nicht so gut gelaufen, was natürlich jetzt irgendwo auch schon fast logisch erklingen könnte zumindest. Gehen wir mal zu Danone, denn Danone hat tatsächlich Milliardenabschreibungen machen müssen wegen dem Russlandgeschäft. Es ist so, dass man sich aus dem Geschäft mit Milchprodukten und pflanzlichen Alternativen aus Russland zurückziehen möchte. Das ist auch im Übrigen das größte Geschäft. Dafür sucht man aktuell einen Käufer. Diese Käufer wird dann aber natürlich weniger zahlen als, also auch situationsbedingt weniger zahlen als das, was man eigentlich gerne haben wollen würde. Und deswegen wird es wohl zu Abschreibungen in Höhe von rund einer Milliarde Euro führen. Dann kommen wir jetzt zu Volkswagen, beziehungsweise eigentlich genauer gesagt zu Porsche, also jetzt gar nicht mehr richtig Volkswagen. Vom Januar bis September konnte man tatsächlich 221.512 ausgelieferte Neuwagen vorweisen. Damit hat man jetzt insgesamt bisher zumindest ein Wachstum von 2%. Im ersten Halbjahr, also nur im ersten Halbjahr gesehen, lag der Absatz noch 5% hinter dem Vorjahr. Anders gesagt, mit einem relativ starken dritten Quartal konnte man dort jetzt aufholen und nicht nur aufholen, sondern die Zahlen vom letzten Jahr auch überholen. Hoffen wir mal natürlich, dass es so bleibt. Werden wir dann natürlich sehen. Genauer dann Anfang nächsten Jahres. Und damit kommen wir nochmal zur Lufthansa. Und zwar geht es hierbei um den Lufthansa-Chef. Der hat sich nämlich relativ optimistisch fürs kommende Jahr gezeigt. Es ist so, dass man natürlich trotz des Kriegsgeschehens einfach negative Faktoren hat, unter anderem hohe Energiekosten. Aber trotzdem rechnet man im internationalen Luftverkehr mit einer Erholung. Das liegt unter anderem natürlich daran, dass wir Wiederöffnungen Japans haben. Dass auch in China wahrscheinlich zumindest nicht mehr ganz so viele Lockdowns kommen. Das ist zumindest die Hoffnung. Also insgesamt geht man davon aus, dass das Geschäft wieder besser laufen sollte und man wieder mehr Passagiere transportieren kann. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und Zuhören natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.